Ja, wir fanden das Projekt sehr interessant und ja, für uns war das mal wichtig, es mal auszuprobieren. Ja, und durch eine liebe Freundin haben wir das erfahren. Die hat nämlich schon so Videos gedreht bei dir und wir fanden das total schön, auch mal ein professionelles Video zu machen. Klar, haben wir zu Hause schon immer mal so im Homegebrauch, sage ich mal, entsprechend Videos gedreht, aber das ist halt nochmal ganz was anderes, als wenn man sich nicht um das Ganze drumherum kümmern muss, sondern einfach nur vor der Kamera dann entsprechend seinen Pitch sprechen kann, Spaß hat. Also ich glaube, Spaß hat mal viel. Haben wir genug. Und ja, wir wollten einfach auch uns mal auf eine andere Art und Weise präsentieren.